Der Telekom von Göring. Ja. Er schreibt, Herr Führer, sind Sie einverstanden, dass ich nach irgendeinem Schuss in der Festung Berlin zu verbleiben, als Ihr Stellvertreter sofort die Gesamtführung des Reiches übernehme. Mit voller Handlungsfreiheit nach hinten und außen. Falls bis 22 Uhr keine Antwort erfolgt, nehme ich an, dass Sie Ihrer Handlungsfreiheit bereit sind. Ich werde dann zum Wohle von Volk und Fahrrad enthalten. Das ist ja anders. Ich hoffe, Herr Führer. Görings Sorge ist durch die Unterricht. Wenn unsere Kommunikationssysteme zusammenbrechen, dass es von Stimmel geschehen sind, sind wir in der Tat von der Welt nicht geschehen. Verfehle und Anweisungen können dann nicht mehr übermittelt werden. Ich sehe das anders. Göring will die Macht anstreißen. Diese Spurke, die sich am Oberseilsberg umgerottet, war mir noch nie geheuer. Es riecht nach Putsch. Wir sind Versager des Aschmarazzi. Kratzen. Ein paar Vanille-Faul-Pilz! Guten Tag, Frau Lange. Herr Speer. Wie sind Sie denn noch nach Berlin reinkommen? Einfach war es nicht. Aber ich muss nach Berlin zum Führer. An Ihrer Stelle würde ich damit lieber warten. Was hat er daraus gemacht? Allein dafür müsste man ihn an die Wand stellen! Das Amorphinist hat die Korruption in unserem Staat möglich gemacht! Und jetzt was? Verrat an meiner Person! An meiner Person! An meiner Person! An meiner Person! Ich will, dass Göring sofort entwachtet wird. Und alle im Job aufgeben. In dem Fall, dass ich den Krieg nicht überstehe, ist der Mann auf der Stelle hinzurecht.